Mein Geschenk macht einen langen Weg, wird es nicht verderben oder kaputt gehen. Wir wissen, was Sie denken. Sobald Sie auf die Schaltfläche Bestellung absenden klicken, blasen wir den Staub von Ihrer vorverpackten Geschenkbox. Dann wird die Box in einem Flugzeug herumgeschleudert und am Ende über den Zaun Ihres Empfängers geworfen. Auf keinen Fall! Das ist gar nicht so. Erstens beginnen die Experten von Geschenkkörbeversand erst mit der Vorbereitung Ihres Geschenks, nachdem Sie eine Bestellung aufgegeben haben. So ist der Inhalt immer frisch. Zweitens wird Ihre Bestellung innerhalb von nur zwei bis drei Tagen sorgfältig von einem lokalen Kurier geliefert. Und schließlich ist Ihr Geschenk außergewöhnlich verpackt für Frische, Sicherheit und Präsentation. Das Aussehen ist für uns genauso wichtig wie die Tatsache, dass es angekommen ist. Möchten Sie ein Geschenk ins Ausland liefern lassen, bestellen Sie bei Geschenkkörbeversand.